ja ihr phantome des schlachtfelds herzlich willkommen zu einem neuen test ich hoffe es wird ein neues spiel und zwar phantom trigger wir hören schon einen einstimmenden track am anfang und spielen wieder mit controller bei satten 1899 1905 fps wie auch immer den neuen bildschirm den 2k 32 haben wir bereits angeschlossen um ihn mal zu testen der ram ist leider noch nicht da auf den warten wir nach damit wir dann unser komplettes setup mit mainboard und neuen prozessor neu upgraden können ja und da dachte ich mir dabei ja da will my cry und titanfall noch ein wenig auslassen wollen wegen der neuen technik später schaue ich mal in phantom trigger rein denn halber light rifter wird ja bald vorbei sein das letzte video dazu findet ihr auf dem kanal und ja schauen wir doch einfach mal rein in ein neues spiel die fps kann ich nicht begrenzen okay egal wir gehen rein heute ist der erste tag vom rest deines lebens ja guten morgen schatz was gibt's zum frühstück kannst du den kaffee machen und rate ohnehin zu schauen was ich zubereite französische arme ritter nein schwedische fernkuchen die hat mir das letzte wort na komm schon ich mach doch nicht immer etwas internationales es ist klassisches amerikanisches da ist er umgefallen okay meine güte brennt die optik auf dem neuen bildschirm mega ok 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 ich finde es sieht nice aus auf meinem bildschirm hier mit 2080 p auf erst mit den neuen prozessor will ich dann mal versuchen 2k aufnahmen zu machen aber ich freu es schon mal so schon mal wird knöpfe drücken ok y peitschen hieb ok wir sind in castlevania nice die laufanimation aber wie hieß denn dieses spiel vom super nintendo das war so filmisch seine frau empfiehlt und so ein typ der im space outfit war konnte sich dann abpimpen so wie captain america war so ein dürrer hansel das war so mit sprung passagen und die laufanimation sah fast so aus aber wie hieß denn das game das habe ich immer versucht das war sau schwer ich habe es nie durch willkommen außen seiter ok sind wir das jetzt oder what the heck von wegen was das intro ist es die frau ist es daran was meinst du ich bin kräuter darauf daten tiefe stimme das hier ist unser lager ich bin batman du bist ein außenseiter viele von euch kommen hier vorbei vom pia stellt sie und arrogant und herablassend ihr geht raus und kommt nie wieder zurück raus nach dort draußen durch das portal warum kommen sie nicht zurück sie sterben ich habe keine zeit für wegwerfen menschen geh und sprich mit dem baum es entscheidet was zu tun ist okay wir reden mit einem baum wir sind also um selda und erst unsere navi ich würde eine ihn mit tränen flügen gern in miniatur format an meiner seite fliegen sehen das wäre doch mal fisch aber mit der zigarette mit dem mund mit der kippe das hat style aber ist nicht gesund kinder denkt dran so die alte manier von ein wirklichen spielen und plattformen okay beginnt zu bauen schöne effekte okay wer sagt das denn jetzt bist du ein gleitendes ungeheuer mächtiger greift vielleicht möglicherweise ein raffinierter rabe nein du bist nichts als heiße luft dennoch ist begeisterung gefragt der rest kommt von allein ich gewähre dir das schwert okay erhalte eiswürfel ich denke ich habe ein schwert okay wir müssen zumindest keine warmen drinks mehr dürfen wir haben jetzt eiswürfel wo das ist nur ein fake eiswürfel mit so einer fliege drin wer bist du denn magst du gern ameisen teuer ich mag ameisen teuer abenteuer ameisen teuer deswegen hat sie das zwingende auge jahle das sind gags die braucht die welt mein name ist ameisen ich bin eine mutige kämpferin und erforscherin wenn du auch mutig bist erwartet dich hinter diesem portal denn ganz eigenes ameisen teuer ich kundschaft die umgebung aus man kann hier vorbereitet genug sein wir treffen uns auf der anderen seite ja tschüss okay hier beginnt das ameisen teuer okay du hast mir ein eiswürfel gegeben gibt doch noch was und was ist das verdammt so jetzt ist die frage sind diese zahlen alles kombination von verschiedenen elementen ich denke mal wir werden es herausfinden aber ich weiß es nicht genau aus seiter kommen müssen kann ich nach außen seiter oder nicht jeder muss etwas essen gehst du auf die andere seite warum interessiert dich das primär gewirkt vermittelt ich werde dich gut ernähren ja also das gefällt mir so wie er spricht so stehe ich mir ein riesen kann ohne max kann man keinen text max machen witzige leute hier in der umgebung mal wieder du wirst mein freund nicht scharf genug hast du ein anderes schwert ich brauche mehr feuersteine 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 lieber feuersteine zauberzirkel dass der baum okay okay und hinein okay das hatte ich mir bei der farbgebung fast schon gedacht kommt ihr share der finsternis okay 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 yes und weiter habe ich jetzt am anfang was weggedrückt oder nicht oder verpasst okay also mit der peitsche können wir ranziehen mit dem schwert machen wir schaden ja macht ja macht ja sinn irgendwo wir sind der held okay wir machen es damit schaden nein das ist doch what the fuck die braucht das zeit oder kann ich das eher aktivieren zumindest hat es geklappt okay ist ein checkpoint oder was sagen wir hier das sind sperre die können wir schießen okay 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 wow ach ja wir spielen ja auch schwer deswegen sind die gegner wahrscheinlich so so stark ja aber normal heißt bitte okay level up level up level up okay ach jetzt verstehe ich das wir schalten wir schalten einzelne skills an bestimmten leveln dieser waffen frei ich das richtig gesehen okay hier ist noch nix das ist doch nice aber wie komme ich jetzt xx a 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 also den wieso wieso wird denn hier nix beschrieben aus harry wieso kann ich da nicht drauf um zu erfahren was es ist ja das ist doof also da hätte ich jetzt gern okay die explodieren das hätte ich mir denken okay okay aber wenn ich jetzt peitsche mache und danach dieses schwert kommen mit schwert schwert also peitsche also ich bin auf dreier kompost limitiert das schade ziehen ist aber auch mit dem 3d stick aber cool habe ich das jetzt nicht ich kann eine eisspur legen oder ein eiskreis um mich rum ja das ist ja okay das sieht man aus nach dem portal zu dem bus hat ein bisschen was von von pixel diablo keine ahnung haben wir sind gedrückt halten okay laber und zukommen du kannst mir bekannt vor es ist wahrscheinlich nichts das leben erst einsam ich sehe immer wieder dinge und höre stimmen meistens meine eigenen okay du weißt du verrückt bist das ist gar nicht so schlimm wenn man in guter gesellschaft ist ja mit sich selbst sage ich auch immer keine hemmung ich kundschaft die umgebung aus blablabla geh ruhig weiter plomps okay was das angst okay ich wollte einfach mal wissen was passiert ich könnte auch mal은 nicht kundschaft die umgebung aussehen und ich könnte auch mal sind also der maps sind am passen aber die kundschaft die umgebung ausgehen so können wir und in denen wir mal stirbt grün grün blau okay wir spielen auch schwer man merkt aber das schwierigste am schwerspielen ist meistens nur ich hatte anfang in einem neuen spiel dann gibst du vielleicht leben nein checkpoint macht das alles klar hab ich noch nicht mitbekommen okay okay ist das jetzt ein neues ja okay 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 ja vielleicht sollten wir doch nicht auf schwer spielen aber okay damit können wir einfach nur verlangsamen okay und die hinterlassen dem boom radius sind sozusagen der boomer von left for dead ja im kurzen mit der peitsche reinhauen und dann feuerwerk ist natürlich gut mit dem schwert ok schwarzer pfeffer den brauchst du wirklich ok und dann kann ich ein freund geben ok 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 heißen aber klingt halt immer nach weißen kapuzenträgern also ich weiß auch nicht soll ich vielleicht nicht mehr sagen aber steckt hätte mit trainer ok 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 na komm kann ich dich wie geil doch dieser anime ist nach hälsigen körper eigentlich einer meiner neun lieblings anime dieses jahrhundert und bei kommt der staffel 4 ja ja da kann man schöne kompost machen ok wieso blockierst du denn da ist das eine band das ist mit den 2d grafiken also er kann auf jeden fall nicht vorbeischießen wieso so ich muss probieren aufladeangriffe nein geht noch nicht also das fehlt doch eigentlich in jedem plattformer ich muss sagen vermeiden style von ein geschmack gefällt mir schon sehr gut sind bei zwölf minuten aufnahmezeit ins level eingestiegen das heißt wir sind 13 minuten im level aber wir schneiden ja noch gut das ist noch mit der peitsche auch schaden muss ich mal darauf achten die beste möglichkeit die ich sehe ist eine operation zur operation haben eine hohe erfolgsquote und das ist die beste entscheidung herr doktor wo ist der haken denn sie brauchen einen außergewöhnlichen chirurgen und modernste geräte es ist also teuer ja das ist egal nein ist es nicht möchten sie die andere möglichkeiten hören bitte es gibt eine experimentelle behandlung wie hoch ist die chance wie hoch ist die chance dass die überhaupt funktioniert bis zu die test vielversprechend was ihn ausregen es ist kostenkünstiger und man braucht keine operation ich kann ihnen einige broschüren und testdaten zukommen lassen das ist doch lächerlich es ist eine möglichkeit wir schaffen das mit der operations denn ich schaffe keine operation vielleicht braucht sie etwas zeit um alles zu besprechen ich schicke ihnen alles über die operation und über die behandlung gibt es noch andere möglichkeiten die einzige wirkliche alternative ist keine behandlung wir könnten versuchen es ihnen so angenehm wie möglich zu machen bis naja wie um alles in der welt ist das eine option ok ein bisschen bin ich glücklich dass das jetzt nichts in wilde teile rein ausgeartet ist ich frage mich noch ob ich jetzt wieder da unten hinkommen komm her okay irgendwie muss ich ich denke okay gibt es jetzt noch noch back in den waffen oder wie kann ich die am besten ja ich muss ja die effizienz noch erhöhen von meinen schlägen und kills und kombos grün schon auf level hier ist rot ok lassen post ok jetzt will ich doch gerne noch mal zurück der erste tod aus schwer neustart was heißt das jetzt ok der checkpoint ist der neustart alles klar dann schauen wir trotzdem gerne erst nach unten ok jetzt hat mir das prinzip ok mit der peische ziehen wir uns die gegner an strategisch gute punkte doch aber frech dass die peische keinen schaden macht also ok ich dachte du wärst ein feind ich ja du willst meine frau spiel frisch getestet wer bist du kleiner bulle ich brauche mehr ich bin der diener von es ok pennyweiß ist dabei alles klar guck mal kurz in den hintergrund arme kiefer zähne nehmen sie einfach keine sorge die nicht mehr ja ok jetzt bekommen unsere gauntlets nice mir flammen würfel wieso dieses so groß da ist ja ok es vater es mutter ich muss sie nicht verstehen ok kann man reinschauen 22 als nächstes setzen wir das schwert mehr ein oder nehmen wir wollen level 1 da oben ok also wird jetzt schwert und faust eingesetzt ja 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 und dann faust und schwert 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 ja also erst mal faust und schwert party ok da geht noch was kaputt aber ich bekomme nichts wenn ich die kaputt hause ich das richtig ich wollte jetzt gerne wissen ob das hier automatisch speicher checkpoints sind und ich kann ja raus ok das testen wir jetzt an wenn ich spiele ich nächste woche halt noch mal bis hierhin aber die folge ist lang genug ja leute wenn euch der content gefällt wir haben jetzt mit phantom trigger angefangen lasst gerne like comment und abo da neue weitere spiele werden dann kommen wenn hyperline thrifter vorbei ist und devil make cry und titanfall werden auch kommen wenn dann der ram da ist und wir unsere neue cpu und mainboard und ram nutzen können der neue bildschirm macht schon extrem spaß und ja lasst gerne like comment oder abo da schaut bei twitter für die trailer vorbei und ja bis dahin und ciao